Im Hauptstudium müsst ihr euch für einen von zwei Schwerpunkten entscheiden. Zur Auswahl stehen Games und Digital Media bzw. Robotik und Künstliche Intelligenz. In Robotik und Künstliche Intelligenz lernt ihr, wie man Roboter so programmiert, damit sie lernfähig sind und sich selbstständig neue Fähigkeiten aneignen können. Nehmen wir zum Beispiel einen Serviceroboter, der seine Umgebung erkennen kann und Hindernissen selbstständig ausweicht. Spätere Tätigkeiten sind zum Beispiel die Entwicklung von Industrierobotern, vollautomatische Produktionsstraßen oder Techniken wie der Mustererkennung in der Künstlichen Intelligenz. Wenn euch die Mathematik gefällt und ihr Spaß an Systemprogrammierung habt, dann wählt Robotik und Künstliche Intelligenz als euren Schwerpunkt. Der Schwerpunkt Games und Digital Media behandelt die verschiedenen Multimedia-Anwendungen. Der Fokus liegt bei den Entwicklungen von Spielen, der richtigen Lichtgestaltung bei Foto- und Filmproduktion und Web-Usability und Gestaltung. Habt ihr Spaß an kreativen Arbeiten und euch hat das Modul Grafische Bidino-Flächen gefallen, könnte das der richtige Schwerpunkt für euch sein. Was ihr in dem Schwerpunkt erlernt, könnt ihr auch in anderen Wahlfächern vertiefen, wie zum Beispiel Visual Effects, 3D-Computer-Animation, Photoshop oder auch Grafikdesign.